Ich habe ihn gut genug gekannt, um sein Verscheiden nicht zu betrauern. Endlich verspürte ich so etwas wie Frieden. Ich hatte den Lehrmeister gefunden, der Melistat, wie ich jetzt wusste, nie hätte sein können. Ich wusste, Armand würde sein Wissen niemals verbergen. Es strahlte durch ihn durch wie durch eine Glasscheibe. Schöne Übertragungsdefinition.